So, dann mal rein in die Pool-Klamotte. Man will ja unter Wasser auch was hermachen. Ja gut, ähm... Alles klar? Soll jemand helfen? Och nö, jetzt legt der ernsthaft sein Mikrofon ab. Ach man, arbeiten mit Amateuren. Dann haben wir zwei Glücks-Kekse bekommen. In dem einen stand drinnen, dass Taten mehr sprechen als tausend Worte. Hm, sie füttert ihn. Schlauer Move. Bei Dennis geht die Liebe ganz klar durch den Magen. Nächstes Thema, Nicole und Dennis reden darüber, was die Zuschauer wohl so über sie reden. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Und der ist einfach ruhig. Also jetzt hört Pool-Hasen, ich möchte nicht hetzen, aber wir werden dann so weit, hm? Wie wärs? Dennis hat das, was im Glücks-Keks stand, auf jeden Fall sehr ernst genommen und hat sich dann auch getraut und, ähm, ist ein Schritt auf mich zugekommen und hat mich geküsst. Also ich hab ja gesagt, ich will auf den richtigen Moment warten und, ja, ich würd sagen, das war, glaub ich, ein ganz guter Moment. Das hat sich, ähm, auf jeden Fall richtig schön angefühlt. Toll. Für uns übrigens auch. Worte. Wir Untertitelung des ZDF, 2020